Mein Name ist Danny Doom, ich wohne in Berlin und bin in der OZM-Galerie für meine Ausstellung Game on, don't worry. Meine Ausstellung in der OZM-Galerie dreht sich um die Stichpunkte Mythologie, Heldengeschichten, Gaming, die moderne Interpretation von Heldengeschichten und all das zusammengefasst durch Techniken wie Graffiti und von der Sprühfarbe abgesehen Acryl, Wachs, Erde und das alles offline. Die Idee zu dieser Serie ist mir gekommen, als ich versucht habe, bestimmte Teile der Heldengeschichte, der mythologischen Reise des Helden runterzubrechen auf kleine Stationen. Um das zu personifizieren, habe ich an Figuren gedacht, die sowohl in diesen Geschichten auftauchen, als auch die ich aus meiner Kindheit kenne. Das heißt Superhelden, Götter, Wanderer und Personen aus Sagen, genauso wie Kriegsherren, genauso wie Erfinder. Alle diese Figuren sind Stück für Stück zusammengeschoben worden zu eikenartigen Personen. In meiner Ausstellung ging es darum, die moderne Art von Mythologie, von Sagenwelten und von Geschichten zu repräsentieren und die Links zur alten Welt zu zeigen. Das führt dazu, dass jeder einzelne dieser Leinwand aussieht, als wäre es ein Superheld oder eine Maske oder eine Figur versteckt hinter einem Kostüm. Andererseits dieses Kostüm aber für die modernen Mittel steht, das heißt zum Beispiel Gamepads, für das, was wir benutzen, um unsere Geschichten zu erleben. Computersysteme, ebenso wie der neue Punkt, interaktiv selbst Einfluss zu nehmen. Dafür steht sowohl der Gamepad als auch der Superheld. Hier habe ich bei der OZM-Galerie alle Leinwände in der Ausstellung vorbereitet, das heißt hier in der Galerie auch gemalt. Im Prinzip sieht man auf diesen Leinwänden, das heißt auf den aktuellen Arbeiten, die Spitze oder das zulaufende Prinzip aller vorherigen Arbeiten. Das bedeutet, diese Gamepads und die Art, sie so zu malen, sind eine Verdichtung aller Mittel und Maßnahmen und Ideen, die ich bisher hatte. Hallo, ich bin der Ben, ich wollte nur mal ganz kurz mit euch reden. Wegen dem... Ja, ja, warte kurz. Könnte ich aber auch, oder du machst einfach leiser. Und er so, okay. Und ich so, letzte Chance, mein Freund, letzte Chance. Und dann so, Interview hast du schon gesehen, Ben? Oh nein, das sind nur die OTX, Alter. So. So.